Jetzt das Wort der Kollege Peter Weiß, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Man kann natürlich über Gesetzestechnik und Verfahren diskutieren. Dazu ist festzustellen, normalerweise wird der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung festgelegt. Dann ist die Opposition überhaupt nicht beteiligt. Wir haben uns entschlossen, den Beitrag durch ein Gesetz festzulegen. Dadurch ist die Opposition am Verfahren mitbeteiligt. Ich sehe deswegen überhaupt gar keinen Grund, warum sie die Opposition beschweren sollte. Sie ist mit dabei, wenn wir den Beitrag festlegen und kann ihn mitdiskutieren. Ein bisschen Stolz sollten wir schon als Parlamentarier haben, dass wir die Frage Rentenversicherungsbeitrag an uns, das Parlament, festziehen. Das ist, finde ich, eine gute Entscheidung von uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Wir legen den Rentenversicherungsbeitrag für diesmal fest und nicht die Bundesregierung. Zweitens. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist mehrmals der Rentenversicherungsbeitrag durch das Parlament und nicht die Regierung festgelegt worden. Übrigens auch zu Zeiten, in denen die Grünen an Bundesregierungen mitbeteiligt waren. Zweitens. Um was geht es uns eigentlich? Wir wollen den Rentenversicherungsbeitrag stabil bei 18,9 Prozent belassen. Das ist der niedrigste Rentenversicherungsbeitrag seit 15 Jahren. Das heißt, wir haben jetzt über Jahre hinweg die Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim Rentenversicherungsbeitrag entlastet. Und wir wollen dafür sorgen, dass diese Entlastung dauerhaft bestehen bleibt. Darum geht es. Ja, es wird niemandem etwas weggenommen, sondern wir wollen die Entlastung erhalten. Denn was wäre denn die Folge, wenn man den Beitrag senken würde? Eine Beitragssenkung jetzt führt automatisch in wenigen Jahren zu einer deutlichen Beitragserhöhung. Das heißt, das, was man auf der einen Seite im einen Jahr gegeben hat, muss man in den nächsten Jahren wieder einkassieren. Den Beitrag bei 18,9 Prozent zu belassen, bedeutet, dass über einen sehr langen Zeitraum voraussichtlich dieser Beitrag stabil bleibt. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Unternehmen ist Stabilität beim Beitragssatz und damit Planungssicherheit das Wichtigste. Diese Planungssicherheit wollen wir per Gesetz schaffen. Frau Präsidentin, da streckt die Kollegin. Gestatten Sie die Zwischenfrage, Herr Kollege. Bitteschön. Herr Kollege Weiß, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade gesagt, Sie verhindern durch das, was Sie jetzt tun, zukünftige Beitragssteigerungen. Das verstehe ich nicht ganz. Denn es ist doch ja, glaube ich, nicht so, dass diese zusätzlichen Beiträge, die Sie jetzt nicht senken, nachhaltig für die zukünftigen Generationen vorgehalten werden. Sondern Sie haben doch vor, das im nächsten Jahr unmittelbar wieder auszuzahlen, um Ihre Wahlgeschenke zu bezahlen. Das Geld ist doch weg und kommt nicht den zukünftigen Generationen in Form von weiteren Anwartschaften zugute. Verehrte Frau Kollegin, die Behaltung des Beitragssatzes bei 18,9 führt nach allen Berechnungen über einen langen Zeitraum für Beitragsstabilität. Zweitens, für Beitragsstabilität, und das ist uns wichtig. Das Zweite ist, richtig ist, dass alle hier im Bundestag vertretenen Fraktionen, auch die ihrige, in den Bundestagswahlkampf im September diesen Jahres gezogen sind, mit unterschiedlichen rentenpolitischen Reformvorhaben. Die allesamt auch bedeuten, dass auch auf der Beitragsseite Ansprüche entstehen. Die Frau Kollegin André hat zum Beispiel in ihrer Rede die Erwerbsminderungsrente und die Verbesserungen, die dort notwendig sind, angesprochen. Eine klassische Aufgabe, die aus den Beiträgen zu finanzieren ist. Und deshalb möchte ich uns allen den Rat geben, und würde es auch gerne den Grünen den Rat geben, wenn man in seine Wahlprogramme schon rentenpolitische Maßnahmen reinschreibt, dann sollte man nicht zu Beginn der Legislaturperiode durch falsche Beschlüsse beim Rentenversicherungsbeitrag sich die Möglichkeit, die eventuell zu verwirklichen, gleich kaputt machen. Darum geht es. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat hat die neue Große Koalition eine Reihe rentenpolitischer Maßnahmen ins Auge gefasst. Für uns als Union besonders wichtig, dass wir die Erziehungsleistungen in der Rentenversicherung besser anerkennen, auch für vor 92 geborene Kinder. Dass wir eine Leistungs- in der Rentenversicherung schaffen für all diejenigen, die ein Leben lang gearbeitet haben, wenig verdient haben, geringe Rentenansprüche haben, die sich darauf verlassen sollen können, dass sie, wenn sie Rente beantragen, eine Aufstockung ihrer Rente so erhalten, dass man davon auch leben kann und nicht zusätzlich staatliche Unterstützung beantragen muss. Und ich will hinzufügen, genauso wichtig, vielleicht auch wichtiger, dass wir die Erwerbsminderungsrentenansprüche besser berechnen. Denjenigen, der gerne noch länger arbeiten würde, aber aus Gründen der Krankheit oder eines Unfalls vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden muss, dass wir dem sagen, jawohl, deine Rentenversicherung erbringt eine Leistung, bei der du möglichst ebenfalls nicht um staatliche Unterstützung anstehen musst. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden ja in den kommenden Monaten und Jahren die Gelegenheit haben, dazu im Detail die Gesetzentwürfe zu diskutieren. Aber ich finde, es gehört auch zur Wahrhaftigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir klar und deutlich sagen, dazu benötigen wir auch finanzielle Mittel. Und es wäre unklug, diese finanziellen Mittel jetzt kurzfristig abzusenken und nachher mit großen Beitragserhöhungen sie wieder reinzuholen. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht es bei diesem Gesetzentwurf um eines, wie zum Beton, Stabilität und damit Planungssicherheit für die Unternehmen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Es wird niemandem etwas weggenommen. Wer das behauptet, behauptet etwas Falsches. Und es geht darum, dass wir als Parlament unser Recht wahrnehmen, diese Frage auch per Gesetz zu regeln. Deshalb freue ich mich auf die Beratung zu diesem Gesetzentwurf. Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Und weil wir den letzten Sitzungstag vor Weihnachten haben, möchte ich uns allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird...